Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was sucht ein Einarmiger in einer Einkaufsstraße? Einen Secondhandjob! Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut mal auf MabacherTV, meiner Facebook-Seite vorbei. Und habt eine schöne Woche damit. Nicht vergessen, Lachen macht lustig.